Findet mich! Äh, äh, findet mich! Okay. Freunde und Freunde, was geht ab? Und ihr könnt es wahrscheinlich schon erkennen, wir machen heute High-End-Sieg, aber alles ist... Schwarz. Warum zeige ich uns auch meine Achseln? Ist es da schwarz? Ja. Und Freunde, ich würde mal sagen, heute mit dabei ist die Community, jetzt dürft ihr ADHS schieben. Freunde, und ich würde mal sagen, bevor es natürlich losgeht, schreibt mir mal unten in die Kommentare für das nächste High-End-Sieg, was für eine Farbe ihr sehen wollt, dann können wir das gerne machen und vergesst nicht, ein Like unter diesem Video da zu lassen, denn dann weiß der Algorithmus Bescheid, dass meine Videos toll sind. Und natürlich ein Abo da lassen, falls du noch nicht abonniert hast, denn Abonnenten haben halt noch nicht abonniert. Ja, Freunde, ich würde aber sagen, André, ich Sieg zuerst und ihr geht in den Heide rein, bitte hier reinfliegen und dann in den Webdinger. Ciao, ich bin... Irgendein Lost Boy ist mit mir Sucher reingegangen. Wir müssen wahrscheinlich die Map neu starten, du kleiner Käppchen. Ich liebe sie. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir können uns hier schnieke Waffen holen. Wir nehmen uns natürlich die MK7, was für Skardinger, wir holen uns hier eine Pumpgun, ja, was für eine Skardinger, wir holen uns hier eine... Junge, das wird die schwerste Heidenzieg-Folge, die du je gemacht hast. Nein. Das ist unnormal. Okay, Freunde, die Map habe ich noch nie... Also, ich habe sie selber davor nicht gesehen. Samala Kakum. Kakum malakum. Okay, ihr habt jetzt so ungefähr zwei bis eine Minute Zeit, um euch zu verstecken. Behalt euch. Dann kommt Daddy und durchhopsen. Und, Freunde, falls ihr nicht den Credicode ohne mein Piqué oder andere Y-T in den Itemshop eingetragen habt, dann könnt ihr das jetzt kostenlos tun und jede zwei Wochen einfach ändern. Yeah, yeah. Ähm, mein frä. Daddy. Ist ihr bis 10, dann seid ihr versteckt. 2, 6, 7, 8, 9, 4, 7, 8, Und Daddy kommt in die Map. 10. Okay, wir gehen rein, Freunde. Halt doch, Smau. Wie willst du so jemanden finden? Äh, ich habe schon jemanden gefunden. In die Map gekommen, bin jemand direkt gefunden. Hallo? Samala Kakum, Alter. Samala. Jungs? Was ist... Was ist da los, Digga? Was ist da los, Digga, Mefwims, Digga? Richtig schlecht. Wo ist der andere, Digga? Wo ist der andere? Wer ist weggerannt, Digga? Du kommst sofort wieder her. Sonst Bann, ich sag dir. Samala Kakum. Nein, ich habe noch einen. Ach, das war der. Nee. Das ist jemand anderes, Digga. In dem Haus sind 12.000 Leute. The One Game. Okay, Freunde, es ist einfach alles schwarz. Ich war ja das unnormal. In den Sarg. Was? Oh mein Gott. Okay. Jungs, ihr habt echt ein bisschen bekackte Skins, weil irgendwie leuchtet ihr. Warum leuchtet ihr, Digga? Ich habe noch einen gefunden. Anonym. Wurde eliminiert. Ich höre irgendein... Hallo? Warte mal. Ist das jetzt eine Troll-Folge, Digga? Warum? Wollt ihr mich verrechten? Verarsch. Wir sind das nur Aufsteller. Warte mal. Er blinzelt. Aber hier sehen wir nicht, ob er blinzelt. Er macht einen Mood. Er macht keinen Mood. Hat er irgendwas in der Hand? Er hat nichts in der Hand. Bist du da reingekommen, du kleiner Kek. Ähm. Guck, guck, du kleinen Kukumbi. Kutuja, Digga. Und das ist ja auch noch einer. Äh, Talisman, Digga. Aber war wild, Digga, mit so Figur, Migur. Okay, Andre. Ja? Ich bin dir ehrlich. Ja? Die Leute hier hatten kranke Verstecke, aber die Skins sind irgendwie gräulich oder weißlich. Also ich sehe gute Skins, Digga. So, vor allem. Ja, man leuchtet so ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen ist so ein Schein auf einem drauf. Ich sehe noch einen. Ich sehe von 12.000 Umkehrungen. Ich sehe zwei Leute nochmal. Hier ist einer und hier ist einer. Ihr macht jetzt ein Battle. Kommt sofort hierher. Beide. Beide hierher. Hallo, du da oben. Du da. Komm, hierher. Komm her. Ihr macht jetzt ein Battle. Okay. Der eine nimmt die Waffe. Der andere nimmt die Waffe. Nimmt die Waffe. Okay. Ihr zieht jetzt auf euer Kopf. Und dann, wenn ich runterzähle, schießt ihr. Wenn ich bis drei zähle, von drei runterzähle, bei null schießt ihr. Drei, zwei, eins, null. Das war einfach. Gib mir die MK7. Jetzt versteck dich wieder, okay? Tschüss. Wir machen weiter. André, wie sieht es bei dir aus, Habibi? Ja, mein Versteck ist zwar ein bisschen kacke, aber du weißt, diese Kackverstecke sind immer die besten. Ja, weil bis jetzt habe ich dich auch nicht gefunden. Oh, ich habe hier. Mein Versteck ist ein bisschen kacke, aber irgendwie auch ein bisschen. Ich bin nicht hier. Ich muss raus. Ich bin nicht hier. Okay, André, du snitch mir jetzt ein. Sofort. Ich bin neu versteckt. Okay, ich snitch hier. Junge, aber Heiden, Sieg und Schwarz ist ja übel lost und übel einfach, weil Freunde, man sieht halt wirklich jeden in zwölf Kilometer Entfernung. Vielleicht machen wir mal weiß. Einfach den Gegensatz dazu und schauen mal, wie es da ist. Schreibt es natürlich unten rein in die Kommentare, Freunde. Okay, aber Schwarz ist auch wild, weil man sieht einfach gar nichts. Und André, du snitch mir jetzt ein. Ja, ich sag's dir, weil ich war nice. Okay, sag mir jetzt gleich. Sag mir. Sag dir gleich. Junge, geh weg von mir. Okay, Entschuldigung. Ich habe dir jemanden gesnitcht. Guck mal. Okay, André, weil es dein Verdienst ist hier. Töte ihn. Meinen Tod. Okay. Diego. Gib mir die Pamp wieder. Nö. Hallo, gib mir die Pamp wieder. Muck nicht. Muck nicht. Denk dran. Denk dran. Ich bin stärker. Ich bin stärker. Ich habe 112.000 Leben. Klippi David, tot. Danke, André. Bester Sucher, EU West. Ich sag das, du bist übel leicht. Man sieht einen voll krass. Man sieht übel krank. Okay, Freunde, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Egal, wir machen weiter. Wie viel leben noch? Sieben Leute mit André minus mir und André fünf Leute nur noch, Freunde. Yeah, yeah. Okay, also jetzt kommen wir zu den Schwitzis. Das Ding ist, Dark Trouble hat bestimmt... Ein ekliges Versteck. Ich habe einen gefunden. Junge, warum rennt ihr immer weg? Warum rennt ihr immer weg? Kein Pisser, Digga. Kein Pisser, Digga. Habe ich weggehauen. Okay, Freunde, weiter geht's. Heidel Sieg, aber in schwarz. Und diesmal verstecke ich mich auch und André muss suchen mit auf den Pelz. Man kann in die Vulkane rein. Da muss ich ja mal ein bisschen genauer gucken, Freunde. Da ist das Licht ein bisschen anders. Tamala kaktum. Tamala maladictum. Maladactum. Freunde, wir schauen mal hier. Hallo, hallo. Bonciono. 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 Maladactum. Ah! Guck mal, ich sehe von hier einen, Digga. Guck mal, ich sehe von hier einen. Es sieht bei mir einfach weiß aus. Warte, wir müssen mal da hingehen, Freunde. Ja, die leuchten so übel krass, obwohl das gar nicht so ist. Okay, Freunde. Ich check's auch nicht. Boah, hier ist lila Strom. Man hätte sich auch hier verstecken können. Aber wo ist der Tamala kaktum? Er rennt da rum. Ach, das andere. Bin ich. Hey, der war doch hier irgendwo. Oh, äh, sorry. Äh, 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 äh. Bolo, du stinkefaul Mensch. Äh. Mach jetzt eine Mode, wenn du ein Mann bist. Mach jetzt eine Mode. Sofort, wenn er mir gefällt. Ist das ein Copyright-Emoot? Wenn es ein Copyright-Emoot ist, spring. Spring. Warum machst du ein Copyright-Emoot, Dodo? Hä? Dodo, warum machst du das, Dodo? Warum bist du like das? Okay, Andre. Yes. Zwei Leute left. Wir sind im Grande Final. In the Grande Finality. In the Fatality. Und hier ist safe auch einer drin. Sag auch. Warte mal. Ey, ich komm ja nicht mehr raus, ne? Hier, back. Warte, back. Äh. Digga, was? Oh mein Gott. Wie viel Pech kann man haben? Oh mein. Dark Trouble, Lul. Ah, by the way, danke an Dark Trouble, Talisman und Mikael für die Map-Freunde. Kuss geht raus für diese wunderschöne Heiden-Sieg-Map-Freunde. Wir machen natürlich weiter und suchen den allerletzten, Andre. Es ist one. One and own. Only one ist übrig. Yeah, yeah. Und ich war hier in diesem Haus noch nicht. Warte, wir gehen rein in das Haus. Sammler Kacktum. Maledictum, Maledactum. Hier wäre ein starkes Versteck, aber war nicht so stark, wie ich vermutet habe. Boah, Digga, ich sehe gar nichts, Freunde. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Erst so sieht man was mit der Taschenlampe, wenn man irgendwo drin ist. An den Wänden. Hallo, Sammler Kacktum. Ist hier irgendjemand? Einer fehlt, Digga. Wo ist der Letzte? One person. One in another level. One in the level. Andre, du Kackdreh, Digga. Yeah, selber. Wo sind die, Digga? Ich sehe einen. Das bin ich. Natürlich bist du. Das ist spannend. Hast du gerade versucht, auf mich zu schießen, Digga? Ja, hast du gerade versucht, auf mich zu schießen, Digga. Warte mal. Nein. Hast du jemanden? Bro, nein, aber ich habe ein Krankes, das steckt für nichts. So eine Show. Du wirst mich niemals finden. Ich habe das schon gesehen. Nein, hast du nicht. Ja. Du solltest, ich habe das nicht gesehen. Okay, oh mein Gott. Ich wusste das nicht. Well. Well, well, well. Digga, sag nicht, er ist oben in der Röhre drin. Bro, das wäre hart unfair. Ist aber, glaube ich, nicht. Das wäre hart, aber unfair. So nennt man mich. Hart und unfair. Nee, ich finde den Letzten nicht. Junge, das ist unmöglich, ihn zu finden. Bro, ist echt unmöglich. Er ist wirklich das krasseste Versteck der Welt. Letzter. Tanz. Du hast eh schon gewonnen. Warte, in dem Haus war ich noch nicht. Hast du mich schon abgezogen mit dem Letzten? Ja. Ich, du und der Letzte. Du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Ja, aber zuerst jetzt was sagt. Du. André ist dumm. Pech. Du bist dumm. Haupts genommen. Junges, Digga. Bro, ist echt unmöglich, ne? Wo ist der Letzte, Bro? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ist er da? Bei dieser Figur? Warte, warte. Ja, irgendwo bei der Figur. Ich habe ihn. Oh mein Gott. War wild, oder was? Bro, war ein krankes Versteck. Oh, ich bin runtergefallen. Holy shit, wer hat gewonnen? Klaps. By the way hat gewonnen, Freunde. Toxic gewonnen. Du kleiner Hund. Hat sich ekelhaft versteckt. André. Junge, ich wollte dich auch gerade abschießen. Du hast ja keine Chance. Darktry, wir starten neu. André, du suchst jetzt. Ob du willst oder nicht, nimm einfach auf. Hör mal auf. Doch, ich will, dass du aufnimmst. Okay, Freunde, wir müssen jetzt auch durch die Röhre. Zack. Boom. Ah, das wird nichts. Das wird nichts. Okay, Freunde. Zack, boom, bang. Und dann? Baladesh. Auf den Dödel. Okay, Freunde, wir müssen jetzt ein krankes Versteck finden, wo uns André niemals im Leben finden wird. Wo er sein Lebenswerk suchen wird, damit er sucht. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich habe ein wildes Versteck, aber auch irgendwie nicht. Ich glaube, das ist ein scheiß Versteck. Warte mal, das eine Versteck. Das Kaxusversteck. Von Kickdown auf Plexus. André. Yeah. Wie weit bist du? Von 1 bis 12. Digga, ich muss auf euch warten. Was laberst du? Achso. Schrei doch nicht. Was laberst du? Warte. 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 Warte tot. Okay, ich bin versteckt. André, du kannst es kommen. Ist mir egal, was die anderen machen. Zehn Sekunden. Zehn von zehn runter. Ich bin drin. Okay, let's go. Ich habe bis zehn gezählt. Okay, Freunde, wir haben ein krankes Versteck. Ich glaube, hier leuchten wir auch nicht, so wie die anderen. Okay, André hat einen. Gumba komplett Fahrrad. Gumba komplett. Okay, Mann, ich bin mal gespannt, was André jetzt macht, Digga. Ob André jetzt schneller war als hier. Ich mach Speedrun, Digga. Ich sag's dir. Tu es. Tu es, Digga. Noch einen gefunden. Komm, Ninja. Okay, wild. Bin ich dir ehrlich, wild. Bei mir ist Erdbeben gerade. Ich bin noch gar nicht an dir vorbeigelaufen. Hallo? Weil mir bebt die Erde, Digga. Ja, bist du nicht die Erde. Ich bin noch gar nicht an dir vorbeigelaufen. Du kleine André. Ich bin da. Oder man? Oh, tot. Kackst du's? Ja, André, Digga. Speedrun, oder was? Ja, ich habe schon zwei gekillt. Ach, Digga, ich bin direkt reinkommen und habe zwölf gekillt. Ja. Mahlzeitmeister. Okay, Freunde. André, du bist echt bad, Digga. Du hast gerade mal zwei gefunden. Ich bin echt schlecht. Sieht schwierig für dich aus. Ich gehe mal raus aus meinem Versteck. Na, guck mal. Ich sehe dich gar nicht. Ja, warte ab, kleiner Odemann. Ich habe Angst, Digga. Sonst bin ich viel zu offen, wenn ich hier rausgehe. Und tot. Gib zu, du hast es gehört. Ich gebe zu. Ich habe es übel weit gehört. Paz. Dodo tot. André, gib Gas, Digga, mach Soundvisualisieren an, wenn du ein Mann bist. Niemals. Niemals, cool. Digga. Das waren echt nur Ehrenlosen. Von Mirkans. Von Mirkans. D-Kings. Von D-Kings. Und Dings, der eine von deinem Propant-Video. Wie ist der? Digga, zockerts, wenn es da. Einfach zockerts, wenn es da. Ich sage dir ehrlich, guck mal, mein Versteck, okay, ist so eine Flöl von zwölf. Sleepy David gekickt. Wild. Eine Flöl von zwölf, bro. Ich sage dir ehrlich. Und ich glaube, ich bin an der anderen Seite der Map von dir. Du bist auf der anderen Seite? Ja. Du musst mich eh nicht finden, oder? Delfin gefunden. Delfin. André wird wild. Bolo gefunden. Bolo gefunden. Junge! Was ist auf einmal? Worte einfach nicht, okay? Hast du den Hack angemacht, oder was? Ich sage dir early. Ich sage dir early. Ich habe dich auch nur... Geh mal kurz zurück. Ein paar Schritte zurück. Warte, ich kill kurz jemanden. Du Hund! Und das bist du? Oh mein Gott! Ich dachte, ich habe voll das OP versteckt. Wie sah denn das aus? Du hast einfach geleuchtet wie ein Tannenbaum. Ey, ich bin... Wie viele Leute leben noch? Oha, noch sieben? Sieben! Guckst du mir zu? In dem Haus hat sich gerade was bewegt. Bin ich dir early. Bin ich dir early, Digga. Du bist ein Lügner, Digga. Mach Licht an. Warum lügst du denn so? Mach Licht an, Digga. Vom Plexus, Digga. Kennst du einen Horrorfilm? Ja. Die sind nicht ruhig, sondern sagen so, hallo jemand da. Ja, ja, ja. Selbst so dumm. Die sagen immer so, hallo ist hier jemand. Oder immer. In Horrorfilmen Leute sagen die immer, ja wir müssen uns trennen. Und das Ding ist, und dann trennen die sich und sterben alle. Wie wir in Mörder, Digga. Das ist so. André, ich gebe dir einen Tipp, okay? Ja. Guck links jetzt. Guck jetzt links. Ö! Das ist falsch. Okay, André, geh mal zu so einem Meteor, Digga. Und geh mal die Löcher ab. Was ist das? So ein Schweizer Krater. Nee, nicht Krater. Wirklich Dinger, Meteoriden, rechts, neben dir. Da, geh mal in diese Löcher rein. Das sind so Löcher ab und zu, ab und zu. Guck mal da. Guck mal rein. Hallo. Swindiero. Swindiero. Oben ist auch noch ein Loch. Dann, dann, Dig. Ich schieß Bonik. Kennst du das Lied? Nein, du? Das ist auswendig. Natürlich kenn ich das. Mach, sing weiter. Ja, weiter weiß ich nicht. Ja, perfekt. Bläsch da, doch bläsch da, bläsch da. No man, no man. No man, no man. Ist so. Geh da hoch, Digga. Glaub mir. Geh da hoch. Geh da hoch. Okay. Glaub mir, da war einer, Digga. Hallo. Mach mal Licht an, Digga. Hallo. Mach mal zu, Licht zu. Licht auf. Rauf. Aber dann kann ich doch nicht move'n. Okay, aber dann schack, du. Oh, ich sag doch, Digga. Ich wollte dir Umarmung geben, Digga. Du hast ihn einfach in die Fresse geschossen. Ja, juck mich nicht. Warum bist du so, André, Digga? Sei mal ehrlich, wie ehrlich du bist. Junge, helfe mal lieber anstatt scheiße zu reden. Okay, ich helfe dir. Glaub mir, geh da rein in den Meteoronate. Unten rein, Digga. Du gehst. War wild. Ja, guck, ich sag doch, da ist einer. Das Schmave-Memes. Falsch! Komm gleich, das ist Schmave-Memes, Digga. Hier, safe auch hier, Mann. Das ist safe. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Es gab in einem Haus, gab es ein Geheimversteck, wo ich eigentlich rein wollte. Da war so ein Sarg oder so. Du kannst in so einen Sarg rein. Da ist safe Dark Trouble oder so. Meinst du in einem Krater? Krater? Nein, in einem Haus. In einem Haus. Alle müssen jetzt tanzen, Digga. Alle müssen jetzt tanzen. Und wir tanzen im Kreis. Denn alle Fetten sind so fett, ja. André, kannst du jetzt mal jemanden finden? Warum musstest du mich killen? Junge, wenn sie tanzen sollen, musst du auch deine Schnauze halten, oder? Oh. Hallo? Hallo. Ich dachte, man kann da rein, Digga. Das wäre wild, das wäre wild. Okay, André, wo ist der Nächste? Hä? Ah, es rauskommt. Guck in die Arme. Weißt du, er hat immer die ekligen... Er baut die Map, Digga, und macht irgendwelche ekligen Spots, Digga. So ein ekliger einfach. André, geh in das Haus rein, da ist Jump'n'Run drin. Bin ich too early. Habe ich schon, ich hätte einen. Okay, wild. Und ich höre keine Musik. Hörst du keine Musik? Nee, gerade nicht. Jetzt? Nee. Und jetzt? Doch. Richtig nicht? André, ich rast gleich aus. Mach es. Mach es. Jetzt fach mal gleich. Ja. Ja. Flieg. Flieg, Digga. Flieg, wie du noch nie geflogen bist in deinem ganzen Leben. Flieg, Digga. Hier ist keiner. Da ist safe jemand drin. Guck mal den an. Guck mal den an. Guck mal den an, Bro. Jego spannt dich von einem Discord. Eklig, Digga. Sagst du jetzt noch mehr? Safe Call. Keiner da, tschüss. Oh, cringe. Keiner da, tschüss. Junge, es geht nicht. Es geht nicht? Oh, warte, ich guck lieber nochmal genau nach. Guck bitte genau nach. Vielleicht keiner. Geh in Zika rein. Geh in Zika. Okay, Digga, dann habe ich Dings. Wallack. Wallack. Okay, Digga, wild. Hä? War doch niemand. War keiner, nee, nee. Wie soll denn da sich jemand verstecken? Ich bin doch da. Tanz, ey, tanz mal alle, Junge. Was ist da los? André, drei Leute. Du musst Video hochladen, beilt euch mal. Du musst Video hochladen, macht mal. Warst du auch bei diesen Jump'n'Run-Häusern oben in der Decke drin? Ja, ja. Okay. Oh mein Gott. Ekelhaft, Digga. Anonym, Digga. Anonym. Okay, okay. Zwei Leute noch. Da war doch jemand. Wie? In der Ecke. Ah, nee. Sorry, das sah so aus. Junge. Entschuldigung. Zwei Leute noch, bitte. Bitte tanz um euer Leben, Digga. Oh! Oh mein Gott. Talisman. Einer fehlt noch. Der letzte. Der wäre mein Gewinner. Was war das für ein Emote, Bro? Scheiß auf den, Digga. Das war Pizza-Emote oder so. Keine Ahnung, was da kommt. Silvester war das. Silvester, ey. Küsst deine Schwester. Iiii. Yeah. André, du warst schon überall. Wo ist der letzte? Der letzte soll rauskommen und euch sein Versteck zeigt. Mach's mir erkenntlich. Na, guck mal da hinten. Wer ist das, Digga? Nein, warte, warte. Nein, nein. Der soll sein Versteck zeigen. Hä? Er hat schon wieder gewonnen? Dieser eine hier? Wer war das nochmal? Das war... Toxic hat schon wieder gewonnen? André, dein Ernst. Sag, welchen Tanz hast du gemacht? Es war dein Versteck, André. Sag, welchen Tanz hast du gemacht? Kleiner Ahnung. Das ist der Weg. Okay, Freunde. Ich würde auch mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und auch da. Checkt euch wie vor auch mal André's Kanal und natürlich meinen Instagram-Freunde. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video morgen um 18 Uhr. Macht's gut. Peace out. Und habt einen wunderschönen guten Abend.